so mir wurde neulich eine frage gestellt und zwar wenn wir uns rechtecke anschauen ich zeichne hier mal ein rechteck hin mit den seitenlängen a und b aber warte mal ich kann das hier ein bisschen schicker noch zeichnen glaube ich also ein rechteck so naja wunderbar mit den seitenlängen a und b ok und jetzt kann man da umfang und flächeninhalt berechnen und umfang es ist relativ klar man muss die vier kantenlängen das rechteck so die vier seitenlängen addieren also für den umfang muss ich rechnen a plus a plus b plus b also 2a plus 2b ja und für den flächeninhalt auch klar a mal b und jetzt wurde ich neulich gefragt warum a mal b also warum berechnet man den flächeninhalt eines rechtecks mit der formel a mal b und die erste reaktion die man so hat ist naja ist doch klar ist doch intuitiv klar logo und so aber wie ihr wisst in der mathematik ist nichts einfach so klar sondern man muss schon begründen warum das so ist und wenn man länger darüber nachdenkt ist es doch gar nicht so easy und schuldigung an ich habe mich verschrieben genau danke martin a natürlich nicht der flächeninhalt so genau vielleicht aber wird abgekürzt und oder buchstabe a formelzeichen a ok ja und das ist natürlich ja das ist nicht einfach so gegeben und man man glaubt das und so sondern wir wollen ja immer verstehen warum regeln gelten habt ihr eine idee warum a mal b warum muss ich die seitenlängen des rechtecks miteinander multiplizieren um auf den flächeninhalt zu kommen ja phil schlägt vor eine möglichkeit eine grundvorstellung davon zu schaffen könnte darin bestehen das rechteck in einheitsquadrate aufzuteilen das ist eine sehr gute idee rechteck in einheitsquadrate aufzählen genau und martin schlägt eine ähnliche richtung vor a die seitenlänge a ist a einheiten in diesem fall jetzt in y richtung wenn man koordinatensysteme hätte und b ist b einheiten längeneinheiten in x richtung und dann kann man zählen die einheitsquadrate zählen genau dann machen wir das doch mal also machen wir mal ein konkretes beispiel ich zeichne ein rechteck die kanten oder seitenlänge a ist vielleicht drei längeneinheiten lang und b fünf längeneinheiten so und jetzt wurde vorgeschlagen dass man das rechteck mit einheitsquadraten auslegt warum macht man das eigentlich einheitsquadrate was ist denn das und warum führt das zum flächeninhalt also wir haben ja ein messvorgang wir wollen den flächeninhalt messen wir wollen den flächeninhalt messen und genau martin zur multiplikation kommen wir gleich ne wir wollen den flächeninhalt messen und für das messen brauchen wir eine einheit mit der wir messen und beim flächeninhalt was schlagt er vor ja viel konner sagt im grunde genommen besteht der messvorgang immer durch das vergleichen mit etwas genau in diesem fall einem quadratzentimeter meter und ähnlichem genau und wir können jetzt mit quadratzentimetern und metern und quadratmetern und quadratdezimetern so arbeiten ich würde vorschlagen wir arbeiten mit einem quadratmeter weil meter ja sozusagen der quadratmeter die grundeinheit ist im metrischen system und so dass wir unser einheitsquadrat unser unser quadratmeter vielleicht quadratmeter reinschreiben das ist ein quadratmeter das ist jetzt ok du willst keine einheiten haben martin wir können die einheit auch weglassen das einheitsquadrat wir können es aber natürlich auch mit einheiten also warum sollte man in der mathematik keine einheiten verwenden können wir haben ja ein quadratmeter und das ist unser einheitsquadrat jetzt haben wir ein rechteck das ist drei meter lang oder die eine seite lange länge beträgt drei meter und die andere seitenlänge beträgt fünf meter achso du als physiker vereinnahmst die einheiten für dich ja ne 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 auch in der mathematik gibt es einheiten immer dann wenn man mit größenbereichen zu tun hat hat man mit einheiten auch zu tun ne so ok drei meter fünf meter und den flächeninhalt messen bedeutet die fläche auszulegen mit diesen einheitsquadraten und zu schauen wie viele gehen denn da rein das war das was phil vorhin gemeint hat vergleich mit einer gegebenen größe und vergleichen bedeutet in diesem zusammenhang ja wir schauen wie oft passt denn dieser quadratmeter da rein ja und können wir jetzt anfangen den da rein zu legen einmal zweimal dreimal das hat sogar ganz gut geklappt hier das natürlich jetzt hier habe es jetzt skizziert ist jetzt nicht ganz exakt aber ihr könnt euch schon vorstellen ne so und jetzt zählen wir und wurde vorhin vorgeschlagen wir zählen wie oft geht dieser quadratmeter quadratmeter da hinein und ja jetzt sieht man ja kann man zählen ne eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn fünfzehn quadratmeter der flächenhalt beträgt 15 quadratmeter weil 15 mal das einheitsquadrat der quadratmeter dort hinein gepasst hat natürlich muss man nach bestimmten prinzipien vorgehen das habe ich jetzt gar nicht erwähnt ne also immer schöne quadrate aneinander legen nicht überlappen lassen und so weiter keine lücken lassen und ja das funktioniert natürlich nur unter bestimmten bedingungen unter welchen funktioniert das jetzt so wie wir das gemacht haben was müssten die bedingungen sein damit das funktioniert dann dann Naja, also wenn ich jetzt die Quadrate hier reinlege, dann muss es tatsächlich auch komplett, dann müssen die komplett das Rechteck ausfüllen. Wir müssen komplett das Rechteck ausfüllen, da darf jetzt keine Stelle mehr übrig bleiben, die nicht bedeckt ist von Quadraten und so, sonst wäre das ja nicht der Flächeninhalt. Und Phil schreibt hier schon, hier ist die Bedingung noch so, dass die Länge des Rechtecks ganze Vielfache der Länge des Einheitsquadrates sein müssen. Genau, also diese Grundvorstellung hier, das Füllen des Einheitsquadrates, das funktioniert erstmal nur bei ganz zahligen Seitenlängen. So, und ja, wie kommen wir jetzt hier auf die Multiplikation? Warum muss ich hier 3 mal 5 rechnen? Das hat Martin vorhin schon gesagt, weil ich kann entweder die einzelnen Quadrate nacheinander zählen natürlich, oder ich nutze aus, dass ich 3 Reihen mit jeweils 5 Einheitsquadraten habe. 3 Reihen mit jeweils 5 Einheitsquadraten bedeutet, mein Flächeninhalt ist gleich 3 mal 5 Quadratmeter. Ich habe 3 Reihen mit jeweils 5 Quadratmetern. Also 3 mal 5 Quadratmeter kommt 15 Quadratmeter raus. So, Crestomatie hat noch erwähnt, das ist auch die Begründung, warum beim Quadrat die Flächeninhalsformel klein a Quadrat ist, ne, wenn die Seitenlänge des Quadrats a ist, a Quadrat genau, weil ich dann, ja, wenn man das Quadrat hier links mal betrachtet, können wir ja gerade mal reinzeichnen, dieses Quadrat hier, das da, das besteht natürlich aus 3 mal 3, also aus 3 Reihen mit jeweils 3 Quadratmetern und dann kommt man auf die Flächeninhaltformel 3 mal 3 Quadratmeter und das führt dann dazu, dass die Flächeninhaltformel des Quadrats klein a Quadrat ist. Beim Quadrat ist es dann der Flächeninhalt klein a Quadrat, wenn die Seitenlänge des Quadrats a ist. So, Martin hat noch mal erwähnt, genau die Multiplikation ist ja die wiederholte Addition, ne, ich habe jetzt hier 3 Reihen mit jeweils 5 Quadraten, so, und wenn ich die jetzt alle addiere, dann rechne ich ja 5 plus 5 plus 5 und das ist gleich wie 3 mal 5. Sehr schön. Phil sagt jetzt, man kann jetzt aber die Größe der Fläche zum Beispiel eines halben Quadrates als ein Rechteck der halben Höhe eines Quadrates motivieren, dann kommt man auch schnell zu einem halben, von einem halben und so weiter. Genau, also, du führst jetzt schon in die richtige Richtung, das ist jetzt die Grundvorstellung, die funktioniert gut mit ganzzahligen Seitenlängen des Rechtecks, ganzzahlige Seitenlängen. Und, ja, da, ähm, ist die Situation sehr eindeutig, was man da machen muss. So, jetzt, wie kann man jetzt damit umgehen, wenn die Seitenlänge des Rechtecks eine rationale Zahl ist? Ich habe euch auch mal ein Beispiel mitgebracht, nehme mal ein Rechteck. Das soll mal ein Meter sein. Okay, das ist ein Meter. Und den teile ich jetzt mal in sieben gleich große Teile. Das wird nicht so easy. Okay. So, dann war es mir gar nicht so schlecht gelungen, oder? So, und jetzt nehme ich mal nur einen Teil dieser Strecke hier. Nämlich nur diesen Teil. Wie lang ist der? Wie lang ist diese Strecke? Wenn die Gesamtstrecke Wie lang ist diese Strecke? Wenn die Gesamtstrecke ein Meter ist? Das ist runtergefallen. Sorry, ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut. Fünf Siebkelmeter, Philipp. Genau. Äh, Phil. Entschuldigung. Also, wir haben hier eine Strecke der Länge Fünf Siebtel Meter. Und jetzt machen wir das Ganze noch in die andere Dimension. Ich skizziere hier wieder mal einen Meter. Ungefähr genau so lange sein wie der andere. Ist genau so lang. Kann vielleicht ein bisschen länger sein. So, okay. So, und jetzt teile ich den mal in drei gleich große Teile. So. Und nehme aber nur diese Strecke hier. Ups, nein. Nur diese hier. So. Und die ist natürlich zwei Drittel Meter lang. Und dieses Rechteck betrachten wir jetzt. Wir betrachten jetzt das Rechteck mit den Kantenlängen zwei Drittel Meter und fünf Siebtel Meter. Und wir wollen jetzt begründen, dass hier die gleiche Regel gilt. Ich muss für den Flächeninhalt den Flächeninhalt zu berechnen zwei Drittel mal fünf Siebtel nehmen. Hallo, Kaffee-Liebhaber. Schön, dass du da bist. Kaffee ist soweit, du bist bereit für Mathe. Super. Wir haben gerade festgestellt, oder wir haben uns gerade überlegt, wie man den Flächeninhalt von Rechtecken berechnet mit ganz zahligen Seitenlängen. Da sind wir relativ schnell auf die Multiplikation gekommen. Und jetzt überlegen wir uns gerade, wie das mit rationalen Seitenlängen ist. Und hier haben wir die Seitenlängen jetzt zwei Drittel Meter und fünf Siebtel Meter und wollen wissen, wie groß ist der Flächeninhalt. Dirk Schlunz. Ja, mach dir auch einen Kaffee. Sehr schön. Martin, erweitern geht auch geometrisch. Ah ja, du möchtest gerne die Brüche loswerden. Ja, was können wir hier machen? Hat jemand eine Idee? Sieht jemand, was wir tun könnten? Okay, alle trinken Kaffee. Ich habe mal wieder mein alkoholfreies Bier hier. Damit kann ich sicherlich auch anstoßen, oder? Ja, jetzt habe ich hier gesappelt. Mist. Und kein Taschentuch da. Ah, na ja. Nicht so schlimm. Oh, Eiskaffee, der dem ist Chaos Queen. Oh ja, da hatte ich jetzt auch Lust drauf. Okay. Was können wir machen? Holzhans drin, Schorle. Okay. Du meinst, Martin, dass wir es für natürliche Zahlen bereits gezeigt haben? Werden wir fertig? Warum werden wir da fertig? Also, wir haben jetzt hier ein Rechteck, das kleiner ist als unser Quadratmeter. Wir haben zwei Drittel Meter und fünf Zivtel Meter. Der Quadratmeter ist das ganze Ding, ne? Also, warte mal. Ich zeichne nochmal den Quadratmeter ein. Das wäre der Quadratmeter hier. So. Ungefähr jetzt hier der Quadratmeter. So, wir haben also ein Rechteck, das kleiner ist als unser Quadratmeter und wir wollen den Flächenhalt messen. Und vorhin haben wir gesagt, Flächenhalt misst man, indem man das Einheitsquadrat nimmt und das Rechteck damit auslegt. So. Können wir aber nicht, weil der Quadratmeter an sich schon größer ist, als das Rechteck, dessen Flächenhalt wir bestimmen wollen. Das ist doof. Aha. Die zwei Drittel können wir auch als 14,21 darstellen. Das geht auch mit Circle. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten jetzt hier die zwei Drittel Strecke in einundzwanzigstel teilen, weil wir wissen sozusagen, dass es in irgendeiner Weise auf einundzwanzigstel hinauslaufen muss. Also wir werden auf einundzwanzigstel kommen. Nur nicht darüber, dass ich zwei Drittel zu vier einundzwanzigstel mache. Zu 14 einundzwanzigstel. Lauter einundzwanzigstel Quadrate. Genau, die kann man wieder zählen. wie kriege ich denn hier einundzwanzigstel Quadrate hin? Wie kriege ich denn hier einundzwanzigstel Quadrate hin? Und die zählen. Schaut mal, man kann hier jetzt das Einheitsquadrat unterteilen. Ich unterteile das hier mal so und ich unterteile so. Ich unterteile das Einheitsquadrat in viele kleine Rechtecke. f' die Parallelen einzeichnen. Genau, super. Genau, sehr gut. Wie viele kleine Rechtecke habe ich jetzt im Einheitsquadrat drei mal sieben. Genau, drei mal sieben. Ich habe drei Reihen, drei Reihen mit jeweils sieben Quadraten. weil hier oben habe ich ja siebtel, hier habe ich drittel. Genau, also drei Reihen mit sieben Quadraten. Ich habe also drei mal sieben Rechtecke. wie groß ist denn der Flächeninhalt von so einem Rechteck? Ein Einundzwanzigstel. Genau, ne? Wir haben ja den Flächeninhalt ein Quadratmeter, unser Einheitsquadrat und das haben wir jetzt in gleich, 21 gleich große Rechtecke geteilt. Das heißt, der Flächeninhalt von so einem kleinen Rechteck ist ein Einundzwanzigstel Meterquadrat. Ein Einundzwanzigstel. Wir haben ein Quadratmeter und 21 gleich große Teile geteilt. Wenn ich jetzt aber die, und jetzt wissen wir, jedes dieser kleinen Rechtecke hat den Flächeninhalt ein Einundzwanzigstel. Aus wie vielen kleinen Rechtecken besteht denn unser Rechteck, das uns interessiert? Das rot-gelbe Rechteck da. Aus wie vielen Rechtecken besteht das denn? Wer sieht, aus wie vielen kleinen Rechtecken dieses Rechteck hier besteht? Wie kriegt man das raus? Ah ja, f' genau, aus 2 mal 5. Zwei Reihen mit jeweils 5 Rechtecken. Also, wir haben 2 mal 5 Rechtecke, die jeweils den Flächeninhalt ein Einundzwanzigstel haben. Also, wir müssen rechnen, 2 mal 5 10 Rechtecke, die jeweils den Flächeninhalt von einem Einundzwanzigstel haben. also 10 Einundzwanzigstel. Naja, und was haben wir da letzten Endes gerechnet? Natürlich im Zähler haben wir 2 mal 5 gerechnet, und im Nenner haben wir 3 mal 7 gerechnet. Also haben wir doch letzten Endes 2 Drittel mal 5 Siebtel gerechnet, ne? 2 Drittel mal 5 Siebtel Wir haben also einfach die Seitenlängen miteinander multipliziert. 2 Drittel mal 5 Siebtel Im Nenner 3 mal 7 bekommt man die den Flächeninhalt des kleinen Rechtecks, mit dem wir jetzt letzten Endes die gesamte Fläche ausgelegt haben, und mit 2 mal 5 im Zähler bekommt man die Anzahl der Rechtecke, aus denen das Rechteck, das uns interessiert, besteht. Genau. Und jetzt konnten wir zeigen, dass selbst bei rationalen Zahlen, also bei Seitenlängen, Rechteckseitenlängen, die eine rationale Länge haben, eine Bruchzahl, selbst da funktioniert das Multiplizieren der Seitenlängen. Was würde jetzt sofort als nächsten Schritt eigentlich folgen? Das machen wir heute vielleicht nicht mehr, aber was folgt jetzt an der Stelle eigentlich noch? Okay, jetzt haben wir das für ganze Zahlen gezeigt und für Bruchzahlen haben wir es auch gezeigt. So ganz zufrieden können wir eigentlich noch nicht sein. Warum nicht? Martin, irrationale Seitenlängen zum Beispiel, genau die reellen Zahlen fehlen. Was mache ich denn, wenn da Wurzel 2 an der Pi oder E oder Wurzel 2, genau, was mache ich denn, wenn da so eine irrationale Zahl am Rand steht, also eine irrationale Seitenlänge? Da kann ich die ja, es ist ja kein Bruch, das ist ja irrationale Zahl, Pi lässt sich nicht als Bruch schreiben oder Wurzel 2 nicht als Bruch schreiben und so und dann würde mir da schon wieder aus diesem Schema rausfallen. Letzten Endes ist das aber kein wirkliches Problem, sondern was macht man da? Man nähert sich an mit Brüchen, ja, also man macht eine sogenannte Intervallschachtelung, man nimmt Brüche, die sozusagen ein bisschen größer sind, ein bisschen kleiner als Wurzel 2 und dann wieder welche, die ein bisschen näher dran liegen und so weiter, man nähert sich mit Brüchen immer weiter der Wurzel 2 an, so, dass man am Ende Approximation Dark Schlunds, genau, dass man am Ende auch sagen kann, ja gut, das ist das gleiche Prinzip, ja. Also überträgt sich dann natürlich auch auf reelle Seitenlängen. Martin schreibt, ich würde immer umschließen, um dann wieder auf rational natürliche Zahlen zu kommen, genau, ja. Man bettet sozusagen die reelle Zahl zwischen zwei rationale Zahlen ein und die irrationale Zahl zwischen zwei rationalen und genau. sehr schön. Das ist ein Beispiel dafür, dass man nicht einfach nur Regeln hinnehmen sollte. Jeder weiß, Flächeninhalt vom Rechteck A mal B. Aber warum? Und ich bin so dankbar für die Frage, dass ja auch jemand getraut hat, diese Frage zu stellen. Viele haben ja Angst, solche Fragen zu stellen, obwohl das natürlich vollkommen Quatsch ist, brauchen wir keine Angst haben, sondern es ist eine Frage, die man eigentlich haben sollte. Jeder sollte diese Frage haben, wenn er nicht weiß, wie es geht oder warum es so ist, muss man das doch fragen dürfen. Und deswegen finde ich total toll, dass diese Frage mir gestellt wurde und dass wir die jetzt hier gemeinsam beantwortet haben. Ah ja, Martin wendet einen Trick an. Er sagt, ja, ich kann ja auch die Einheit ändern. Ja, wobei du natürlich Schwierigkeiten bekommst, wenn du wieder Einheitsquadrate haben willst und die haben die Kantenlänge Pi und du hast jetzt ein Rechteck, das eine Seitenlänge Pi hat und die andere Seitenlänge 2, also eine ganze Zahl, hat man eine Schwierigkeit, das jetzt mit Pi Quadraten auszulegen. Das funktioniert dann nicht. Okay. Problem gelöst, würde ich sagen. das ist ein ist ein